In unserer neuen Geschichtsausgabe von Jan von Flocken Verschwörung und Skandale mit Ressen, Morde, Machteliten gibt es auch einen Artikel über den hessischen Landgrafen Philipp den Großmütigen. Das hat mich sehr gefreut, denn in entsprechenden Dokumentationen zu unserer Geschichte bleibt er oft unerwähnt. Deshalb auf nach Marburg! Hier ist sein Landgrafenschloss. Es wurde als Burg im 11. Jahrhundert angelegt und ist von großem kunsthistorischem Interesse. Eine stärkere Rolle in der Politik hatte das Marburger Schloss allerdings unter Landgraf Philipp den Großmütigen. Ihm gelang nicht nur eine Einigung Hessens. Hier in Marburg führte er 1526 die Reformation ein und gründete die erste protestantische Universität der Welt. Dazu gab es auch Katechismus-Schulen, in denen Bauernkinder aus der Bibel lernten und er gründete vier sogenannte Hohe Hospitäler. Das waren Einrichtungen zur Armen- und Altenpflege. Philipp heißt nicht umsonst der Großmütige. Er war auch einer der ersten Bildungs- und Sozialpolitiker. Im Schloss fand im Oktober 1529 auch das Marburger Religionsgespräch mit Martin Luther und Ulrich Zwingli statt. Philipp hatte dazu eingeladen und wollte einen Konsens in Glaubensfragen herbeiführen, auch als Grundlage für Bündnisse. Er war Freund und großer Unterstützer Luthers, der ihm später auch seinen privaten Wunsch nach einer Zweitehe legitimieren sollte. Die biblischen Urväter hätten schließlich auch mehrere Eheweiber. So heißt es im ersten Buch Mose zum Beispiel, Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Gleiches taten Abraham, Jakob oder König David. Anfang Dezember 1539 erhielt Martin Luther nun einen Brief von Philipp, in welchem er ihm sein Herz ausschüttete. Er verlangte Luthers theologischen Segen zu einer Ehe mit zwei Frauen. Philipp von Hessen war ein sehr vermögender Landgraf und mit seiner ungeliebten Gemahlin Christina, einer sächsischen Prinzessin, 16 Jahre zusammen, als er sich unsterblich in Margarete von der Saale verliebte. Sie war in seinem Hof beziehungsweise bei seiner Schwester als Hofdame tätig. Margaretes Mutter, die Witwe Anna von der Saale verlangte eine vollgültige Eheschließung für ihre Tochter. Sie sollte nicht nur seine Konkubine beziehungsweise Beischläferin werden. Der verliebte Philipp stimmte zu. Eine Scheidung von Christina kam auch nicht in Frage, weil er sich damit das Verbündete Sachsen zum Feind gemacht hätte. Also sah er einen Ausweg in der Doppelehe. Dazu wandte er eine List an und bezog sich auf eine von Luthers Schriften. Darin schreibt er, Zitat, die Frage, ob die Ehescheidung erlaubt ist, wird noch diskutiert. Ich lehne zwar die Ehescheidung ab, dass mir eine Doppelehe lieber als eine Scheidung ist. Ob die Scheidung aber erlaubt ist, wage ich selbst nicht zu entscheiden. Zitat Ende. Philipp dem Großmütigen kam zugute, dass sich Luther radikalisierte und auch beschloss, dass die Ehe kein heiliges Sakrament mehr ist, sondern ein, Zitat, weltlich Ding. Also sind Scheidungen seitdem bei den Protestanten erlaubt, zum Beispiel wegen Ehebruch oder Verweigerung der ehelichen Pflichten. Das griff Philipp erfreut auf. Seine ungeliebte Gattin Christina stimmte der Doppelehe zu. Sie und Philipp empfanden die Bigamie wohl als das kleinere Übel und beriefen sich auch auf den Brauch ihrer Vorfahren, der Germanenfürsten, eines sogenannte Friedel bzw. Zweitehe eingehen zu dürfen. Jedenfalls stand der Hochzeit mit Margarete von der Saale nun nichts mehr im Wege. Philipp heiratete sie am 4. März 1540 im landgräflichen Schloss zu Rothenburg an der Fulda. Getraut wurden sie vom radikalen Theologen Melander. Als Trauzeuge war nur Melanchthon und der Straßburger Reformator Martin Buka dabei. Die zweite Ehe sollte geheim bleiben, weil Bigamie laut der Kaiserlichen Heilsgerichtsordnung von 1532 schwer bestraft wurde mit Todesstrafe per Ertränken im Sack oder Enthauptung. Trotz aller Geheimhaltung kursierten bald Gerüchte. Herzog Heinrich der Fromme von Sachsen verschaffte sich als Onkel der Landgräfin Christina Klarheit. Die Affäre wurde bekannt und von der katholischen Fraktion aufgegriffen. Philipp der Großmütige verlor daraufhin seinen langjährigen Kampfgefährten, Herzog Ulrich von Württemberg. Philipp wurde zwar nicht enthauptet oder ertränkt, musste aber eine fünfjährige Gefangenschaft bei Kaiser Karl V. ertragen. Aber nicht nur wegen seiner Zweitehe. Philipp war einer der ersten protestantischen Adligen und Widersacher von Kaiser Karl V. Nach dem Augsburger Reichstag von 1530 und der Erneuerung des Wormser Edikts gehörte Philipp nämlich zu jenen, denen bewusst war, dass nur ein gemeinsames Bündnis aller Protestanten Schutz gegen den katholischen Kaiser bieten kann. Das führte 1530 zur Gründung des schmalkaldischen Bundes. Im schmalkaldischen Krieg 1546 bis 1447 konnte Kaiser Karl V. die Protestanten besiegen. Ihr Bund wurde aufgelöst. Also saß Philipp jetzt nicht nur wegen seiner Zweitehe beim Kaiser im Kerker. Sogar seine erste Ehefrau Christina bat den Kaiser auf Knien um Freilassung ihres treulosen Gatten. Er kam schließlich frei und lebte dann noch gut 20 Jahre glücklich weiter mit seinen beiden Ehefrauen und seinen insgesamt 18 Kindern.